Jetzt ist der Helm kaputt! Alter, du bist so alt. Nein, Alter. Bipro, erstmal reporten gleich. Achtung, Achtung, Gerds wird es wieder heiß und fertig. Wir spielen wieder Play-Anons-Weltagons zusammen mit Poppy Bipro und Schnigge. Und der Jockey-Kamera. Ja. Guten Tag. Und dem Sechsjährigen Sohn vom Schnigge, der vorne sind sich umträgt. Geht's denn hin? Abmarkiert. Markiert? Hab ich markiert, Alter. Ich geh da hin. Hm? Ich geh da hin? Nee, nee. Dann geh ich hier hin. Ich geh hier hin. Alles klar, ich geh jetzt raus, tschüss. Endliches Poppy weg. Ja, ich bin weg. Er ist weg, weg, weg. Ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Und ich bin wieder allein, allein, ne? Ich bin weg. Ich gehe ein bisschen weiter links, ne? Zu diese zwei Häuser da. Haben wir Besuch? Da wollte ich hin. Ja, wir haben ja ein bisschen Besuch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ach, zu den Häusern? Nee, ich gehe zu den Häusern, ja. Ich gehe hier. Ich sehe keinen. Ich sehe auch keinen. Nee, er sieht im Moment ganz gut aus. Jedenfalls besser als die letzte Runde im Stream. Hey, Oli, geh weg. Meine Häuser. Meins? Hau ab. Pieper und ich haben hier genug Häuser für uns. Alter, genau dran vorbei. Ey, diese Scheißspiel, ne? Ja, dann geh du da rein, dann gehe ich da hinten in diese Lockheel. Ja, ich habe auch schon eine Ump. Schrotze, nice. Gar nichts, nice. Ich mache Türen einfach nicht mehr auf, ich schliss sie auf. Ich habe eine SKS. Ich habe die beste Waffe im Game. Echt? Hast du eine Pistole gefunden? Revolver. Oh, noch eine Schrotze. Wer schießt auf mein Haus? Revolver. Warum hast du Damage, Papi? Weil ich unsanft gelandet bin. Tatsächlich. Zweifel super. Warum machst du sowas? Wir sind nicht safe, wir müssen auf die Insel. Frag das Spiel. Das kann ich dir nicht sagen. Das hat mir das Spiel so angedreht. Ui, was hat man hier noch? Ah, vertikaler Griff. Erweitertes Schnellwechsel. Warum schießt denn mit der Schrotze? Gehe ich's nur nach Türen auf. Er macht mir richtig nach. Komm, hat er mein Hoodie bestellt. Schon denkt er, er wäre Verschweißer. Ey, ohne Witz. Was ist das hier für ein Spiel? Player unknown, zehnt sich das. Es ist... Hab ich so gehört? Das andere von euch? Ich, 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 ich. Alles gut. M16. Puls, Puls. Oh, ihr wird geschossen. Warum? Falls jemand einen Helm findet. Na, ich hab noch keinen. Ich hab schon einen. Ich hab auch einen. Genau, ich... Verkauf ich dir. Ja, ich hol mir gleich einfach... Einfach nur Schüsse in den Bauch, dann passt es. Mh, nein. Dann hab ich einen Helm. Das riecht dann immer so streng. Ich hab weder Rucksack noch Weste. Ich brauch irgendwie sowas in der Hand. Ja, können wir tauschen. Na, 100 Euro. Bist du meinen Helm? Ich nehm deine Weste. In dein Träumen. Oh, er ist Hilfe-Köffer. Ich hab schon einen Rucksack. Ha, ha. Ich hab eine Pistole. Und Käppi, echt. Ich hab eine Pistole. Ich geh schon mal zum nächsten Punkt. In der Hoffnung, da ist keiner gelandet. Ihr lasst hier so ganz viele tolle Sachen liegen. Die könnt ich gut gebrauchen hier. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu... Ein... Was? Ein Swag-Nähen, was das steht. Von wo kommt es? Von wo kommt was? Das Lied. Sesamstraße. Sesam Street. Wer, wie, was? Der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht von der Black-Nom? Wer nicht fragt bleibt, Popi. Oh, richtig zerstört. Der war jetzt aber ganz low, Bob. Würde ich jetzt die Urheberrechts geschützte Sachen einblenden, würden jetzt diese stark pigmentierten Männer kommen, die so... Jeder kennt sich voll, ne, aber ist trotzdem immer noch Urheberrechts. Danke, dass ihr schon weitergeht und nicht Bescheid sagt. Ich hab längst Bescheid gesagt. Nein, hast du nicht. Haben wir schon lange gesagt. Du hast gesungen. Ja, ich habe gesungen. Außerdem habt ihr ihr Munition übergelassen. Da ist egal. Oh, Alter. Was geht denn hier? Das war knapp. Bomso. Mir genau vor der Nase gefallen. Ich stink's. Ich brauch noch einen Helm, ich hab gebucht. Nur Lappen sterben in der Bomb-Zone. Na, die Bomb-Zone ist ja leider nicht mehr bei dir, sonst hätte ich dir jetzt einen Headshot gegeben und gesagt, ha, Lappen. Was machst du bei mir, Schnicke? Geh mal hier raus. Lass mich in Ruhe, ich brauch irgendwas zum Knallen. Ich hab nichts. Besorg dir eine Freundin oder so. Ich bin verheiratet. Geh in Ruhe, ich bin rüber. Deswegen hast du ja nichts zum Knallen, weil du verheiratet bist. Geh einfach im Buff. Ich mach mich schon mal auf dem Weg nach drüben, ne? Nach drüben, na, rüber. Ja, rüber. In die Zelle. Wo damit keiner sagt, ich hätte nichts angesagt. Ichi jetzt, schwimi, schwimi, rübel, rübel. Okay. Rübel. Wenn ich dann hier runterkomme, irgendwo. Schwimi, schwimi, rübel, rübel. Oh, geil. Wo wir wieder bei den vollpigmentierten werden. Was denn? Wolltest du mir was schenken? Ich wollte dir 5 Abonnent geben, aber du brauchst keine. Achso, Biro. Komm ich irgendwo gut runter? Braucht keiner. Zur Not hab ich 3 Energies, aber ich will zumindest überleben. Wie vielleicht? Habt ihr eure Joggingkamera mitgenommen? Ja, mal noch mit der Jogging. Was ist los, ey? Der Aufreger des Abends, ey, da. Oh, du willst. Ja, ist so. So, hab sie runtergeschafft, ohne Damage zu kriegen. Nice. Poor Gamer des Jahres. Fresh Vice. Und warum ist das so? Weil sich das auf nice reimt. Weiß? Ja, mach dir mal. Ich, äh, guck mir das mal von oben an. Möchtest du eine Junke? Gerne. Ich kann mich im Wasser mit Alt nicht umgucken, ne? Danke. Ja, so alt bist du ja gar nicht, deswegen kennst du das auch nicht. Ja. Leu, ich dürfe hier quasi den Felsen runter und nehme Schaden. Yes. Ich hasse dieses Spiel. Wo war man jetzt hin? Einfach erstmal rüber. Ich kann mit Alt. Echt? Im Gekonto das letzte Mal auch, ich hab er nicht. Ja, mach dir Gedanken. Da spielt es dich. Ja, ich mach mir ständig Gedanken. Die Sache ist, sobald ich drüben bin, dreh ich mich um. Rotz da richtig rein und hol alle. Easy. Ich hab da Pigmente im Wasser. Sieht aus wie ein U-Boot. Ist ein U-Boot. Richtung, Richtung zwischen Westen und 285. Ist Bipro unter Wasser, oder was? Ja, weiß ich nicht. Oh, ich muss auftauchen. Ich sterbe! Du kriegst echt Damage. Was ist mit dir? Meine Lunge war leer. Ja, achte doch mal drauf. Nein, warum? Oh, das schwimmen einfach an der Oberfläche, solange keine Shots kamen. Ist doch nur ein Spielcharakter. Ja, du wirst aber viel schneller. Unter Wasser geht schneller. Ja, deswegen holt ihr auch so mega auf. Ich bin ein U-Boot. Du wirst ja auch unter Wasser. Mach ich gar nicht. Müsste einer von uns dieses Ping-Geräusch machen. So, pum. Ja. Okay. Die Straße von Gribreiter. Alter. Spalter. Falter. Du musst immer die Füße wäschen, Herr Frösch-Fraes. Nein. Die Sache ist, man soll mich ja riechen. Dann wisst ihr, wo ich bin. Ihr seid ja schon alt und blind, weißt du? Dann muss man halt über die Nase gehen. Was? Und hören tut dir auch nichts mehr? Hä? Ah, wenn man halt Kinder kriegt, ne? Dann funktioniert nur noch die Nase. Dann geht das Leben erst richtig los, Herr. Geht's auch. Alter. Leben vorbei, ja. Alter. Ich würde mich direkt erschießen, ne? Wenn du Kinder kriegst, ich würde dich auch erschießen, noch. Ich weiß, da war ich 18 und da kam meine Freundin so an, meine damalige, und ich meinte so, ja, könnte sein, dass ich schwanger bin, was weiß ich, hier, Antibiotikum, dann wirkt die Pille ja nicht, keine Ahnung, ne? Mit Kohle an der Muschi drücken. Ich hab so mega Panik geschoben und meinte so, ja, komm, machen wir jetzt Schwangerschaftstest irgendwann, ne? Wenn ich wieder zu Hause bin. Und dann schreibt die mir so, damals noch SMS, da hatte ich noch kein WhatsApp oder so, schreibt die mir so, ja, ich hab den Schwangerschaftstest gemacht, Punkt, Punkt, Punkt. Und ohne Witz, die hat nix geschrieben, bis ich bei der war. Ich hätte die so an die Wand klatschen können. Ja, die wollte an die Naschen. Oh, ne Witz, ne? Die wollte an die Naschen. Ich hätte die so richtig an die Wand klatschen können. Aber Frauen schlägt man nicht, Freunde. Nein, das macht man nicht. Außer sie haben's verdient. Auch dann nicht. Na, kommt drauf an. Wenn eine Frau dich schlägt, schlag natürlich zurück, gar keine Frage. Ne, da hab ich so meine Prinzipien. Klar können die Laschen, richtig, aber Frauen schlägt man nicht. Da können das noch so Mannsweiber sein. Guten Tag. Wie heißt das so schön? Ob Mann, ob Frau, das weiß man doch heute gar nicht so genau. Gerade bei mir in Köln. Ja, ja, ja. Wollte ich ein Auto nehmen? Wofür? Wir sind auf der Insel, wir sind safe. Er will ein Auto nehmen. Ja, komm, über diesen Berg. Wir gehen nicht mal über den Berg. Wir gehen hier ganz entspannt unten lang. Ja, ihr. Vibro und ich nicht. Ja, ist das schön, was ihr macht. Wir nehmen jetzt die Welt ein hier. Ja, ihr seid als erstes da. Ihr habt keinen Vierfachscope, nix. Ja, aber ein Zweifachscope. Ja, was wollt ihr damit? Und ne Cola. Und ne Schocke-Kamera. Die Loche von Poppy immer. So, hier habe ich hier nix. Guten Tag, hier ist gar keiner. War hier schon einer? Das Platzmitte. Nice. Weiß ich nicht. Hier hin? Markiert. Der steht hier im Busch. Warte, ich muss mal pissen. Okay. Poppy, warum machst du Damage? Weil ich immer noch Damage habe. Dann nimm doch mal Energy. Ich könnte mal was trinken, ne? Ja. Schmeckt's? Ja. Ich habe immer noch keinen Helm. Neue Selbson ist da. Röster roten Punkt. Sticke Muze. Roter Punkt ist böse. Wie kann ich das Hut ausmachen? Wie war'n das? Keine Ahnung. Mit rechter Maustaste. Was? Alt? Und dann rechte Maustaste auf den Kopf. Ne, kann ich nicht. Alt und rechte Maustaste, da gehe ich dann nur in die... Ne. Was machst du? Drück, drück, umschalt, also... Dings. Tab. Tabulator. Tab. Ja, und dann drück mit rechter Maustaste auf deinen Helm. Geht nicht. Oh ja. Ja, aber ohne Witz, dass du den Helm droppst, damit er den Helm hat, Papi. Geht nicht. Geht dann Tab. Nein. Die probier auf Kacke zu erzählen. Ich möchte das Hut ausmachen, man kann doch das Hut irgendwie ausmachen. Ja, dann drück, steig dran. Dann? Ah, leih, warte mal. So? Weißt du, Hauptsache... Du hab den Helm, dann? Der Bipro ist schon so ein abgezockter Hund, so ein bisschen, ne? Besonders er immer keert Brot und geht da nicht dahin. Ah, bleib doch mal stehen. Du bist jetzt hier Fotomodell. Ja, bleib nicht stehen. Du kriegst da einen Handy hier hin. Sag mal, habt ihr hier nichts zu tun? Nein, haben wir nicht. Hier sind Gegner. Jetzt ist der Helm kaputt. Alter, du bist so alt. Nein, Alter. Bipro, erstmal reporten gleich. Dafür kriegst du einen Anhut. Ja, genau. Dieses alte, voll geschwitzte Ding da. Ich hab nichts zum Heilen. Danke auch. Ja, komm, ja. Du Verbände. Bipro gibt dir jetzt nichts anderes, als ich den kenne. Gib nur die Mütze. Ohne Zwiebel, richtig dreiste Zwiebel. Wo seid ihr eigentlich, Alter? Ich bin zu der Markierung gelaufen, zu der wir laufen sollten. Ich bin hier bei so einem Irren. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Bei so einem Irren mit so einer Joggingkamera. Oh, hier ist eine Pfanne. Wo denn? Hier ist noch eine Pfanne. Du bist dumm. Könntest du jetzt mal offener Sex haben und das sagen? Bede, 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 bede. Ja, ich hab nichts mehr zum Heilen. Ich hab nur noch Heifleiter. LOL, ich bin die ganze Zeit First Person. LOL, Raffel, LM, AU. Er ist die ganze Zeit First Person. Also hier hinten ist fertig gelootet jetzt. Hier irgendwo sind Schüsse. Aber hab ich gehört. Wahrscheinlich auf der Militär-Base. Und ein Klong, hab ich auch gehört. Das ist wahrscheinlich wie der B-Bruder probiert, sich zu töten. Ich höre aber auch Schüsse. Echt? Wo? Hinter uns. Möchtest du verbrennen? Wenn du welche über hast. Ja, komm her. Was ist mit euch, ne? Wird das so unnötig, ne? Ja. Den letzten Rest vom Schützenfest. Oh. Kommt ihr jetzt mal langsam hier an? Ja, warte, ich muss mich erst... Nein, 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 warte, 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 warte. F, F, F. Ihr markiert da vor zehn Jahren. Ihr ist schon längst fertig gelootet. Ja, aber es markiert. Du! Was? Ja, ich... Das ist mal, Junge. Er nimmt's weg. Du markierst ja gern schön den großen, ne? Mit deiner Jogging-Kamera. Mit deiner Jogging-Kamera. So, tschüss, ihr Nappen. Jetzt fährt er auch noch ohne mich, Alter. Harte! 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 Bist du? Ich lebe hier noch. Dann los, ja? Harte! Harte! Den triffst du nicht. Ich sehe schon kommen, ich werde meine Verbände wegen eines Kampfes nie benötigen. Sondern nur aufgrund von Teambeschüssen. Was sind diese riesigen Hügel überhaupt? Sind das Bunkeranlagen? Ich war da noch nie drin. Habe ich morgens auch immer so. Habe ich morgens auch immer. Aufgrund von der Jogging-Kamera. War er instant oder war er...? Ja, instant, instant. Ja? Er klaut hier das Loot raus. Hör mal auf, Junge! Hast du jetzt echt das Ding für die SR hier rausgenommen? Er rennt schnell weg! Also ja, harte! Ich hab... was? Irgendwas für die schwöder Scharfschützengewehr hast du rausgenommen. Ja, Schicke, Compensator und Extended Mag. Könnte ich vielleicht gebrauchen für die SKS? Ja, dann komm her. Wusste ich ja nicht, dass du eine SKS hast. Ja... Komm her. Ja, jetzt muss ich da runter. Muss das so ist, oder? Nein, ich hätte am anderen Ende runtergehen können. Und Extended Mag? Wo sind wir überhaupt hin? Die ganze andere Seite der Insel. Leute, wollen wir mal außen rumlaufen? Ja. Hast du es jetzt gelegt? Liegt doch dort. Extended Mag liegt da nicht. What? Richtung 290 der Drop. Ich... ich schwör. Ich hab gelegt. Liegt hier ohne wird's nicht. Schör. Weggebracht. Ich hab wirklich gelegt. Warte. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir sollten nicht alle auf einem Haufen landen. Wollen wir außen rumlaufen, oder wat? Wir sollten auf jeden Fall nicht alle auf einem Haufen landen. Wollen wir außen rumlaufen, oder wat? Die Prämissen. Wir können auch einfach übers Feld laufen. Eher auf die andere Seite der Insel. Auf sie... auf sie Insel. Wir können halt so weit außen rum, geht halt gar nicht. Weil wir halt... wirklich... relativ schnell rüber müssen. Vipro hält ich voll zur Not nochmal. Ja... Boost mich dann voll. Ja, hätten wir jetzt ein Auto. Wär's nice. Ohne Joggingkamera. Ich boost mich auch nochmal voll. Fishcam. Ja, auf der... Linie. Damit ich zumindest kurz mal hier... Speed habe. Ich bin ins Flugzeug. Lauf bei dir. Das war ich. Warum schießt du? Warum verrätst du uns jetzt? Ich lasse dir alles an der Straße. Ich bin am Zaun in der Tat, ja. Auf die Schüsse, oder? Bipro? Nee. Nicht? Ich dachte... Drückt ruhig X, weil die Zone kommt gleich. Danke für den Hinweis. Immer gerne. Schade, Bipro. Hätte schon mal funktioniert, ne? Ich so, ich bin trotzdem vor dir. Gerade so. Wenn ich dir gleich ans Bein schieße nicht mehr. Hehehe. Zone kommt. Also ich sollte es schaffen. Weil Poppy wird schon eng. Ja, bei mir wird Shubby Rich. Von Rechtsschüsse, aber nicht auf uns. Nee. Ich bin dran. Kannst du hier ein bisschen in den Wald laufen, oder? Warte, warte. Ich guck erstmal, ob ich was seh. Hat jemand auf mich geschossen? Ich nicht. Vielleicht ein Querschläge, ne? Wir haben ein neues Safe Zone. Wir können hier so reinlaufen ungefähr dann. Wir sind, glaube ich, eines der wenigen kompletten Teams noch. Obwohl wir so viel Kacke gebaut haben. Nein, das war ernsthaftes Gameplay war das. Natürlich. Ernsthaftes, professionelles Gameplay. Ich habe markiert, wie wir laufen. Da ist einer. Vor uns, vor uns, vor uns. Zwei. Was? Er gibt mir direkt Headshot. Ist der rechter erst genug? Nee, noch nicht ganz. Ihm fehlt ein Shot. Kann ich mal hinterholen? Puppi, du musst da abstechen. Puppi, probier... Schnägel zu rein. Geh nach hinten weg, geh nach hinten weg. Hol Schnägel, hol Schnägel. Ah, Schnägel wird geholt. Irgendwo längst ist der, glaube ich. Der rechter ist ausgenockt. Richtig? Puppi, welchen hast du ausgenockt? Nee, rechts ist einer. Scheiße, ich bin auch down. Bin hier am Baum? Wo ist der rechts? Ich habe Puppi. Eißendrick. Also den einen, den ich habe, der ist tot. Ach, der ist tot direkt? Ja, den habe ich tot. Nicht direkt. Den habe ich, äh... Nach hinten gerichtet. Wo ist der rechts? Ah, fuck, fuck. Ja? Wo? Ich sehe ihn halt leider nicht. Oh! Wo kam der? Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Und wo schießt der? Ah, von links und von rechts. Ah, von links und von rechts. Puppi. Der ist da am Baum. Was denn? Kannst du mich mal bitte links neben dir holen? Ich bin jetzt gleich weg. Schnell. Puppi. Ah, fuck. Die Zone kommt. Ich glaube, das überlebst du nicht. Wir müssen... Hast du noch? Jetzt. Ich kann mir noch einen Schmerz holen. Irgendwer schießt noch auf mich. Oh, ich bin wieder. Bei Bifo. Nice Bifo. Hinter mir. Hinter euch. Ja. Ja, ich kann dich nicht holen. Keine Chance. Wir müssen los. Ja. Lass mich zurück. Komm, 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 komm. Nein. 0,2 Sekunden. 0,2 Sekunden. 0,2 Sekunden. Schaff ich's überhaupt? Ich schaff es nicht. Ich schaff es nicht. Ich schaff es nicht. Ich schaff es nicht. gegen... Fuck. Scheiße. Ich bin down. Komm, komm, komm. Fuck! Die scheiß Zone. Nein! Oh, gerade so. Ich bin reingeflogen. Ich lieg drin. Leck in 3,50. Ohne Witz. War eine lustige Runde. Aber die scheiß Zone, ey. Mann. Ich lieg drin. Ja. Das gibt's doch nicht. Wie viel Pech kann man haben, Freunde? Wenn's euch trotzdem gefallen hat... ...lässt einen Daumen nach oben da. Schaut dabei Puppi vorbei. Bis dann. Haut rein. Ciao! Tschüüüüüüüß!